ARD Text im Auftrag von Funk Scheiße, ich hab schon wieder meinen Charakter gewählt. Ja, genau. Bin ich wieder der fette Sack. Und du auch? Hauptsache ich hab gemacht. Ich hab auch meinen Charakter gewählt. Nein, das ist halt auch zufällig bei dir. Nein. Was ist das? Ich will die Fotze sein. Ich bin der recht nicht. Oder recht. Was? So der, der der mit dem Tatao. Tatao. Unmöglich tätowierte meinst du? Genau, genau. Tatao ist heftig. Braveheart. Das kennen wir nicht. Oh. Wirklich? Der Vorspande kommt mir bekannt vor. Ja. Spüren wir den Rechstall auch. Ja, aber stopp, dass wir nicht weit kommen. Du lachter. Fettsack, ja. Na gut, dann bin ich halt ein Fettsack. Wähle Bewaffnung. Was hab ich jetzt gewählt? Wie kann ich das wählen? Anklicken? Hab ich geklickt. Wählen, nimmt aber nicht. Ah, jetzt. Nimm das fort. Ohne Rückfrage. Hä? Ohne Rückfrage nimmt er das. Wie macht ihr mit dem komischen Schrei da? Kannst du mal was wir tun sollen? Haa oder was? Hä? Also ich hab's auf ähm... Äh... Jot. Alles umgelegt. Ja, auf Shift hab ich's grad. Äh, anschleichen, anschleichen. Hey, stopp! Nein. Das sehen wir uns nicht. Granat? Ich glaub mal... Ah, ich geh mal hin. Ich hab einen. Moment, nix machen. Scheiß, wo machen wir das? Das ist F. Ja. Einen hab ich. Da ist einer! Ich versuche schon an die anzuschleichen. Na, komm. Ah, ich bin weg. Oh, ich bin tot! Was? Wow. Oh, die haben Schroflinten. Aber ganz böse. Jaaa... Und Hunde? Mit Hunden hast du ja schlechte Erfahrungen. Schießt'n du? Oh, wir sind tot. Wir sind tot! Alle tot! Ne, ich leb noch. Er liegt gleich um die Ecke. Alles okay, man? Hier ist... Niemand da. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Kommen rein. Wie ist das? Und nachladen! Was tut es auf! Unglaublich! Hau, er läuft ja voll in der Wege. Schnell, er hat mir hin mehr. Scheiße, fack. Was? Ich bin wieder tot. Oh wow, das ging immer schnell. Checkt von dem Todes. Hier ist Munition, wo ich stehe. Ah. Schlag. Schreckstoff habe ich keinen gefunden. Was ist denn der für ein Ding? Das ist gleich wie ich. Wie Sau! Was sind das überhaupt für Soldaten? Das sind ja ganz komisches und gar keine Piraten mehr. Keine Ahnung. Sieht aus wie... Von der Regierung. Hunde! Genau, Hunde. Hab Hunde gehört. Sprengstoff. Da oben. Wo ich stehe ist Sprengstoff. Wo war der? Hier, wo ich stehe. Nee nee, Sprengstoff interessiert gerade keinen. Uiuiui, er war so wütend. Sprengstoff interessiert ja keinen. Ja, kann man schon haben. Ah ja, ich hab ja keinen. Außer Granaten, die fliegen so weit nicht. Ist auch Sprengstoff. Ja, aber die fliegen so weit nicht. Wie war's? Ja, ich hab ja nicht mehr. Ja, ich hab ja nicht mehr. Und Schuhe. Junge zu fliegen so weit nicht mehr. Ich hab ja nicht mehr. Ich hab ja nicht mehr. Ich hab ja nicht mehr. Oh Gott. Und Schuhe. Der Raketenwaff hat mich im Visier. Wo steht denn der überhaupt? Keine Ahnung Stopp... Ah ist ja einer! OOOH! 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 OOOOH! OOOH! 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 Auf dem Dach! Könnte ich Munition... Da ist noch einer! Ist da noch einer? Ne Ich muss laden! Mit Schmackes! Schnappst du? Ich muss laden! Mit Schmackes! Hier ist Munition, wo ich stehe Sprengstoff? Sprengstoff weiß ich nicht, kann ich nicht sehen Sprengstoff? Hallo? Ne, hab's jetzt nichts gesehen Ich spreng doch so gerne Da Machen wir jetzt das Tor kaputt Ich geh Ja, Tor Wie geht das? Jetzt Deckung Ja, wer weiß was kommt Jetzt kommt meine Zeit So viel Geschütze wieder oben stehen Ich seh was über dem Hügel Oben Ich seh was über dem Hügel Wo denn? Wir sollen jetzt gleich Typen hier ins Feuer ins äh in meinen ins Visier laufen hier Na klar! Wie geht denn das? Wie geht denn das? Ich konnte mal eins schenken Es kommt niemand Soll ich mal gehen Ob dann jemand Ah, ich hab eine Ich geh mal laufen Ob jemand dann angefahren kommt Ich glaub dann müssen wir einfach hin Hey Hey Ahja Wie cool Das wäre Hände Das wäre Hände da Krabbelhände oder was? Kein Futter für mich Nein Sieht nur danach aus Klettern müssen wir hier Ich komm Und dann darüber wie es aussieht Hm, jeder an einer Schnur? Einer Schnür, ja Aber mit einer Handfeuerwaffe kann man schießen an das Schnür Ja An das Schnür Ich kann schießen, guck Ha Ja, toll Was denn jetzt? Ich kümme Zwei nix Zwei nix Ja, bereit Hopp Die Wurst ist nicht bereit Doch Oh, jetzt schau Ah, jetzt Was denn jetzt? Sieht ihr hier? Ich wollte euch nur warnen wegen dieser Tunnel Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, aber Ihr habt euch damit echt finsteren Gestalten eingelassen Also, Augen auf Danke für die Warnung Ja Augen auf, nicht Mund auf Sammel mich jetzt voll Ich hab hier Arbeit Wo denn? Ja, gleich Sollen wir nur mal anschleichen? Ach, Schleiche Schasse Schleiche Da ist einer Da ist einer Ah, ich sehe noch Wo denn? Erledigt Das klang aber nicht so leise Ja Ich kann... Ich kann schon mal meine Ratter hier einsetzen Ja, ich... Ja Ich hab voll ins Feld Ich... Oh, Sniper, Sniper Ich will den Tod Bitte Fettsack ist am abkacken Hat er genug deserve Ist voll... weg 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 Nein, nein nein Was denn jetzt? Schon wieder tot Ich kümmere dich nicht Lass mich liegen Ich schaff's nicht liegen Da ist einer Der Penner, da Drei Typen haben mich hier unter Beschuss. Vier. Drei. Hilfe, hilf mir doch mal! Ich werde dich mitgrüßen! Vergnüßt! Auf den Aufstehen! Danke, danke! Renn! Wie denn der Palme in Deckung gehen? Wer du? hat doch Golf eine Palme rechts und links noch rausguckt was ist Aufzug? hier ist eine Anzeige hier ist Munition hier ist Sprengstoff hier 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 wir kommen nicht runter ohne den Lift man ah ne ist gut da war das Sprengstoff? ah ja ja wo 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 hier am Eck hier ok danke jahua muss nah hier drücken oder? da dann kommt der Aufzug da ich hole den Aufzug die dürfen ihn nicht zerstören oh nein wieder so ein zerstörendes hier uff nicht zerstören ich geh mal in den Bunker ich geh mal hier oben hin ich geh mal in Deckung hier ist ein Bunker hier oben ist auch schön in Deckung im nächsten Mal ich hatt mich auf die Straße und kackt einen habe ich haha ich komme von hinten wunde einen habe ich oh wunde können wir oben nicht viel anhaben Ich muss nachladen. Ich zieh euch, Freunde. Ich muss nachladen. Was? Boah, was war denn das? Das kommt von hinten an noch. Oh. Beste Bunker stehen bleiben, ne? Hm, vielleicht, ja. Ich hab mich auch zu weit vorgewagt. Schnauz zu weit. So, hier rein, oder was? Ja, da war ich eben drin. Ich geh mal mit. Wohin? Hier, in dem Bunker. Guckt auf die Map. Was versuchen die jetzt eigentlich kurz zu machen? Von vorne kommen sie. Bei uns. Nein, die sind am Aufzug da irgendwie, oder? Ich muss nachladen. Oh, der schwebt in der Luft. Oh, der schwebt. Oh, der schwebt. Versticht, Kontakt. Ich muss laden. Ich muss laden. Er ist im Weg. Oh, der schwebt. Oh, der schwebt. Hau, die hat Monition. Ab hier was. Sieh, den schwebt. Ja, verhebt man. Ganz genau. Ich lade nach. Ganz genau! Ich lade nach. achten Ich habe mich gerade wiederbelebt, ey. Wie soll denn das gehen? Ah, was finden wir überhaupt bestraubt? Weiß ich nicht, ich habe mich wiederbelebt, du. Ich bin gerade schon seit 30 Jahren da so umgefallen. Aber gibst, gibst Spritze. Falsche Spritze genommen. Ich brauche Munition da hinten. Vorne liegt er. Ah, ja. Ich habe einen guten Platz hier. Schießt alle ab. Oh, oh fuck ey. Ich bin ja ermordet. Ein Auto. Boah, ich stehe nicht. Oh, bist du tot? Ich muss hinter oben laufen. Ich muss nach hinter oben. Wie komme ich hier hoch? Ja, hinter oben halt. Ah, da. Ah, danke Kumpel. Da ist ein Sniper hier. Ja, der hat mir eben schon den Arsch geschossen. Ich gehe mal zum Sniper hier. Ich muss lang! Alter, Alter. Ich komme noch in allen Richtungen. Die Scheiße, der messert mich. Achtung, Achtung. Spy, der zielt auf dich. Ich weiß. Er ist gerade tot. Oh nein! Ich habe es gesehen. Ich habe gerade einen Spritzer rein. Ja, genau. Das ist gerade gefixt, ey. Endlich Heroin wieder. Wo kam der Sack auf Elmo her? Das ist so ein Messertyp. Das war kein Messertyp. Das war einer mit der Kanone. Die Wurst, die Wurst rettet uns.